Wie man sieht, ist ja zwei Biker und eine Frau. Zwei Frauen, Franz. Gegen Lurch, ja doch. Mit dem Lurch. Junge. Hoorree. Escape. On a hollow shell. He uses hollow shell. Wir sind schon wieder auf YouTube. Ja. Nein. Ich reagiere auf Hate. Wir fanden den nächsten Kommentar, hatten wir Bock auf Sex. Ich reagiere auf Hate. So definiere ich auch Hate. Ohne Lager. Ich bin mit der anderen gespawnt. Ja, ich bin mit einem... Wir sind alle zusammen. Wir sind... Anscheinend hatte ich einen Shroud oder so gehabt, wo alle zusammen spawnen. Also ich bin im Haus des Killers und mach grad die Truhe. Ich hoffe, ich krieg eine Karte. Nein! Doch nicht, doch. Boah. Doch, doch, doch. Das ist eine Taschenlampe. Und der Doktor ist unter mir her. Ja. Ja. Die zu... Verstoßen. Oh! Jaaaaah! Endrek. Tschüss. Ich hasse ihn. Ich hasse den Doktor soo hart. Als ob dieser mich jetzt verfolgt. Am Anfang war ich, Alter. Das war das Schlimmste. Weil ich Doktor absolut hasse auch noch. Diese Arten. Nicht schon wieder. Jaaaa. So ist bei mir. Mal gucken, ob es klappt. Ich hab mich jetzt in einem Schrank versteckt. Ja, er läuft einfach grad übers Feld. Ja, es hat funktioniert. Ich krieg das zu. Oh! Hab ich grad, ey. Ey. Wenn du guckst und hinter dir den Typen siehst. Ich werd ihn ja grad verstehen. Jetzt muss mir jemand helfen, mir aus dem rauszusnappen. Snap out, ey. Oh, jetzt erscheint schon der Doktor von mir, ey. Jaaaa! Oh! Wenn du direkt gestiegen hast. Jep. Oh! Okay. Ich hasse das soo hart. Ja, mein Gott. Ich bin selber nicht der Dummste. Doch, ja, jetzt bin ich. Ich hab nen 3-Stack. Ich bin tot so gut wie. Ich kann nicht laufen, weil ich jedenfalls jetzt schreie. Ich hab grad'n Generator fertig. Hallo. Ah, der Doktor ist die Scheiße. Einzige, was ich hier retten zu können. Perks. Ja. Das ist so eine Scheiße. Das ist die ganze Zeit, alle 2 Sekunden schreie ich. Das ist so ein nutzloses Mistvieh. Das ist so, du, wenn du einen hast, dann ist er... Kann er nicht weglaufen. Dann kannst du ihn nicht verstecken. Weil man alle 2 Sekunden rumschreit wie so ein angestochenes Mistschwein. Das ist nicht, der Typ ist absolut scheiße. Er hätte einen anderen Killer gespielt, wär ich so nach 2 Sekunden weg. Als ob die Sau mich jetzt gefunden hat. Er läuft erst irgendwo random. Jetzt findet sie nicht. Alles ist wahr. Als ob ich deswegen nicht da hochklettern kann. Hallo. Schneller, Alter. Die sind... ...den Tag entlangreich. Alter. Ja, ist klar. Ich konnte nicht über die Mauer klettern, weil ich geschrien hab und nicht meine Taschenlampe benutzen. Ja. Komm, ruhig dich. Endlich, ey. Das kann man ja... Ach nee, der hat sogar einen Skill drin, dass wir uns auf Stufe 2 machen. Oh nee, der kommt zu uns. Ja, der kommt zu euch. Ja, der kommt zu euch. Drei Stacks auf meinem Arsch. Und er ist wieder hinter mir her. Die Doktor ist nur ein Abfuck. Alle Bögen sind in der Zeit gerettet. Ich forsch gerade die Doktor ein bisschen. Wenn ich nicht schreien würde, wir sind alle gestochen zum Spiel. Ach, danke fürs Runterlegen, Scheißspiel. Der erste ist sowas wie nen Doktor machen. Ja. Ja, meine Escape-Chance geht noch nötig. Ich bin jetzt das zweite Mal, ich bin zu struddern. Jaaaaah! Äh, nee, du kannst doch nichts tun, das soll ich nicht machen. Ich hätte nen 3-Stack in mir. In mein Ass. Natürlich ist die Sau da vorne. Jetzt sieht das so, wo du raus bist, ne? Schön aus. Och, so eine Scheiße, Mann! Jetzt gibt's... Guck mal, drei andere Leute. Ja. Der eine ist im Locker die ganze Zeit, der ist schon von Anfang an in eine andere Runde da drin. Ich hasse es so hart. Ich hab keinen Madness-Stack auf dir. Trotzdem weiß er, wo ich bin. Naja. Naja. Ja ... Ja, eine ist AWK. Kann man eigentlich noch kicken. Naja. Der ist jetzt seit... Naja. Anfang an in nen Schrank runter. Naja. 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 es ist rausgegangen ja wahrscheinlich weiß es nicht mehr ist klar warum konnte ich nicht runter machen ich möchte rausnehmen diese erweist sofort 3 30.000 geben du mal die gett der spieler ist ja so scheiße würde das anders stehen wer breitenfettungsdauer Das Schreien fuckt so dermaßen ab. Sofort wissen, wo ich bin fuckt dermaßen ab. Ich hab ja auf der anderen Seite der Map mittlerweile wieder versteckt und er ist wieder sofort hinter mir. Und es sind keine Scheiß-Falletten da. Oh, ich hab gleich noch einen Generator, glaub ich. So, in der Tränke siehst du noch ein bisschen ab. Nein, ich bin tot. Irgendwie absolut dumm. Bist du da unten, der? Der ist... Der gerade snappt. Nee, das bist du nicht. Du hast... Der ist wieder da. Der ist wieder da, wo einer geschrien hat gerade. Ich weiß, ich seh ihn lang, auch ich bin im Haus drunter. Der geht jetzt auf den Typen, der am Generator war... ist. Das ist die andere, Alter. Und dieses Schock-Ding hat anscheinend irgendwie gar keinen Cooldown oder so, ne? Das ist, wenn er den Modus wechselt. Ein追kort des Papiers zu schocken. Ein hier direktes ist ein Tor noch. Ich weiß, deswegen. Bin ich ja gekommen. Warte, ich renne schon mal hin. Ich mach den Generator aber kaputt, weil dieser Scheiß-Fallschleisch der Kursbeutag. Nein Ja, ein 360. Respekt, mein Mann. Respekt. Einmal umdrehen. Wow. Der schlägt an mir vorbei und ich werde komplett gedingst. Er ist jetzt sofort erschlagen. Komm, blende mich. Blende. Ja, schafft es nicht. Super. Und dann bin ich tot. So. Die ganze Runde ist er hinter mir her. Durch irgendwelche Sachen. Das ist so. Ich verkack einmal auf dem Map, was sofort weiß der Welle ist. Wo ich bin. Dass ich das bin vor allem. Ich habe ihn zwar komplett erwendet, aber egal. Ja, habe ich auch gesehen. Ein random ist doch komplett dumm, oder? Also eins, drei, ein, drei Stacks, zwei, drei Stacks. Also er hat Nurse Perk, Nurse Perk, dann Hex Perk, dann Terror Radius Increased und Cannibal Perk. Gemaxed natürlich. Ja. Ach, Junge. Was macht der Ren denn da, anstatt das Tor aufzumachen? Er läuft zu uns hin. Ist ja nicht so, dass da der Killer ist. Warum hat er eigentlich meine Upgrades wieder rausgehauen? Das alte Tor da hinten jetzt nicht offen ist, dann kriege ich einen Anfall. Ich spiele mit der anderen Al...